Mein Name ist Julia Rodel, ich bin 22 Jahre alt und ich bin Gewichthieberin und bereite mich auf die Olympische Spiele 2012 vor. Ich denke, mit dem Projekt Kollege Hund ist es noch einfacher, dass die Leute sich entscheiden, doch einen Hund zu haben, obwohl sie vielleicht acht Stunden am Tag arbeiten sind. Das ist mein Freund Jack, ein Mops, und den darf ich mit zum Training geben. Ich kann ihn streicheln in der Trainingspause, so habe ich eine Minute länger Zeit und er kriegt von mir ein bisschen Liebe und Anerkennung und dann ist er entspannt in mich auch. Ich denke, mit dem Projekt Kollege Hund ist es noch einfacher, dass die Leute sich entscheiden, doch einen Hund zu haben, obwohl sie vielleicht acht Stunden am Tag arbeiten sind.